Auspuff? Moin. Auspuff sitzt? Ja, fällt mir. Ein Gussler. Also Kämpferei. Aber schön geworden. Den Topf habe ich nochmal poliert, alles. Erklär nochmal ein bisschen was mit. Ja, es war halt wieder ein Stück Rohr mit Böchen rein zaubern und verschweißen, wieder schön schleifen. Hier hinten muss ich Sticker machen, damit es reinpasst. Das ist halt alles so gefriemelt. Aber fang mal aus. Tut schön abschließend beim Heck. Ja, und schön hier die Flucht. Der passt auch schön, ja, der Winkel sieht gut aus. Der Kunde will es ja extra steiles Scham, so wie ich das mitgekriegt habe. Extra cool. Dann machen wir das so. Gut. Jetzt hast du noch irgendwie mit dem Nahrungsstil. Auf der anderen Seite, jetzt habe ich mal hier, wenn wir das das Gänzeige hier hin haben, so. Ja, halt so mal hin. Ungefähr so steht es auf dem Foto, so. Ja, ein bisschen höher. Ja, so? Ja, so sieht es besser aus. Jetzt habe ich natürlich bei der Schwinge hier drübe gar keine Chance auf der Seite. Auf den Bremssattel will ich nicht gehen, das ist mir zu gefährlich. Nein, das ist ganz schwer. Habe ich mir gedacht, ich habe hier so Pläckchen vorbereitet, hier so. Das passt genau hier rein. Mit der Schraube. Ja. Dann gehe ich hier dran. Da habe ich genug dickes Material. Gehe ich da irgendwie hier rüber. Und hier oben, da habe ich eine größere Schraube drin. Mit der Lasche, dass mir hier nochmal Versteifung rein kriege. Irgendwie. Ja. Ja. Das ist auch wieder so ähnlich wie beim Auspuff. Alles extra vagant. Ja. Den zerstört, ja. Die Hapsche, Abschnitte, fünf Zentimeter. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Oben das Heck ist soweit. Cool. Batterie, machen wir einen Kaster extra, dann nehmen wir die Plastik wieder. Schneide ich aus dem Plastikdingen raus, was drin war. Achso. Die Batterie hätte ich schon gerne hier an den zwei Punkten hier drin so. Ja, ja. Ja, ja. Und die Elektrik muss man sehen, das muss ich auch noch irgendwo. Keine Ahnung, wie das wird. Gut. So soll es werden, glaube ich. Ja. Die andere Möglichkeit wäre die, hätten wir Platz genug, sähe auch besser aus. Man könnte es noch ein bisschen kürzer machen. So. Ne, alle machst du mal schon auch mit zu. Das ist beim Einfällern irgendwie. Ne, da gibt es keine Probleme. Gibt es keine Probleme. Hier, ich rufe den mal an. Ja. Weil es ist doch eigentlich schöner im Einfahrer rum. Ich könnte auch die 30 Winkel, die 30 Grad sogar einhalten bei dir. So viel Nass habe ich hier. Ja. Gut. Check das mit dem ab, bevor ich mich jetzt hier noch Stunden an der Konstruktion aufhalte. Ja, das ist ja relativ schnell gemacht gegenüber das andere da. So sieht es aus, genau. Und stabiler ist es auch. Ja, auf jeden Fall. Da oben, wenn das angeschweißt ist, ist es fest. Genau. Da hinten, das kann losvibrieren. Das machen die gekaufte auch. Ich will es doch mal so zeigen. Weil hier hinten, da haben wir ja eben gerade mal erzählt, hier muss was angeschweißt werden. So ein Bügel, hier oben noch. Das gibt eine Motzkonstruktion. Das wackelt sowieso alles. Also wenn es anfängt zu wackeln, irgendwann reißt es. Und wenn da mal das Rad raus muss, sauschen will er alles irgendwie. Ja, da muss alles im Abbau hin. Die ganze Elektrik, Kabel. Nee, bei mir doch es nicht muss hin und raus. Ich rufe den mal an. Ja, besser ist das. Ja. So, wir haben jetzt hier eine eigentlich gut aussehende 750. Gehen wir jetzt gerade mal so durch, was wir jetzt hier umbauen. Du kannst ruhig zu mir kommen. Ich baue das jetzt. Wir nehmen das jetzt hier mal mit der Kamera auf. Dann fange ich ihn an. Ich fange mal vorne an. In kurzen Halo Code Flügel. Da haben wir da drauf. Da vorne machen wir gar nichts. Das bleibt. Der Lenker ist schon dran von A, B, M. Hier, das müssen wir halt alles noch in Ordnung bringen. Mit den Griffen. Braune Gummis. Braune Griffgummis. K und N Luftfilter drauf. Und da kommt die Batterie rein. Rahmetreieck soll ja soweit frei sein. Ja. Ja. Denk ich schon, ja. Ja. Gut. Dann Hinne. Heckkürzung. Zwei-Mann-Sitzbank. In braun. Gut. So. Dann wollen wir mal gucken, wo wir da so mit unserem Budget hinkommen. Dann hätten wir noch ganz gern Barracuda 4N1. Das ist die 50. Auspufferlage. Dass wir die noch drauf machen. Dann muss der Hinne Blinker, 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 Blinker. Nur mal still kommen jedenfalls nicht mit. Nicht irgendwie seitlich oder so weiter. Hinne kommt auf jeden Fall noch so eine kleine Lampe drauf. Und dann kommen halt rechts und links da die Blinker hin. Und vorne Blinker in die Lenkerenden. Die Motor Gadgetinger. Das sieht gut aus. Ja, das ist so ein grober. Und dann halt der ganz Spektakel TÜV-Macher. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt tun wir noch mal ein bisschen rechnen. So grob, wo wir da irgendwie gelbmäßig hinkommen. Dann mach ich jetzt erst mal. So. So sollte man ungefähr die Sitzbank werden. Und den Braun. Wirst du? Die hatte ich auch mal gemacht. Ich glaube, das ist Sugi, die 540er kam aus Würzburg. Ah ja, ja. So geht's. Der Nachtrag. Die Gabelholme werden schwarz gemacht. Gut. Alles Katastrophe. Im Uwe dahin. Jetzt haben wir Samstag. Es ist jetzt 15 Uhr. Eigentlich haben wir nichts Produktives geleistet. Nur der Tristan hat da alles drangehängt. Benzinfilter war dicht. Neue Benzinfilter reingemacht. Dann von einem Kontrollierten kommt richtig Benzin an. Klasse. Gott. Hat alles ein bisschen rumgesägt. Der Vergasereinstellung und so weiter. Naja. Sag ich komm. Rot Nummer drauf. Dann fahren wir mal runter. Bin noch nie so weit gekommen wie heute. Ungefähr 4 Kilometer. Dann ging's wieder. Bäh. Bäh. Jetzt haben wir festgestellt. Haben wir jetzt wieder geprüft. Beim Starte. Vorne kommt kein Benzin an. Also. Die Pumpe. Das ist jetzt das neue Spiel. Die Benzinpumpe. Ist eine mechanische. Jetzt haben wir eine neue bestellt. Wenn wir Glück haben, kommen sie nächste Woche. Auch. Und wenn wir ganz viel Glück haben. Geht es. Geht der Apparat an. Bei den 4 Kilometer wo ich gefahren habe. Hab ich festgestellt. Die Bremse ist ja auch scheiße. Oh Mann. Da hab ich mir bei der Nudel angelacht. Da ist die Benzinpumpe. Das ist er. Oh Gott. Vielleicht ist es ja das dann. Damit der Apparat eigentlich pumpt. Na gut. Wir haben auch wieder was spezielles dran gekriegt. Suzuki 550. Gut. Der Lenker bleibt. Ich mach jetzt hier mal kurz. Die Armaturen. Dahin lese. Das sind die Originale. Das ist undeutlich. Die kommen wir auch wieder drauf. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Das Schussbrech hat er schon gekürzt. Das bleibt auch. Hier wollen wir gar nicht so viel Geschiss machen. Der Auspuff der Originale machen wir auch erstmal dran. Mal gucken. Das ist eine große Kugel. Aber hier. Da hier. Hä 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 hä. Heck haben sie schon geändert. Seht man. Soll ich es jetzt setzen. Sehr kunstvoll gestylt. Das Schussbrech was sie da rein gestylt haben. Das sieht man schon hier. Rechts links. Auch nicht in der Mitte. Katastrophe. Dann haben sie hier. geschweißt. Der Bolze vom Stoßdämpfer. Das ist aber auch nicht in Ordnung. Weil die Stoßdämpfer sind. Das sieht man jetzt schlecht. Die stehen nicht. Die stehen nicht sauber. Also. So. Wird da alles weg. Na. Das bleib ich hier hängen. Alles weg. Das Kunststück. Das wird auch alles anders da gemacht. Dann kriegt das Ding. Eine Sitzbank. Eine Flache. Für zwei Personen. Na gut. Da wollen wir mal gucken. Was wir da draus drehen. Gut. Mit der Elektrik und so. Das sieht man ja. Das ist ja logisch. Das muss ja auch alles dann gemacht werden. Aber hier wird kein Großfass aufgemacht. Vollrestauration gibt es nicht. Muss ja nicht sein. Steht ja so im Allgemeinen. Noch gar nicht so schlecht da. Muss ich auch sagen. Und dann gibt das jetzt hier so ein Apparat. Das entweder auf die Straße kommt. Und fertig. Ja. Mit ihr wollte ich heute. Eine Runde drehen. Schöne Herbstlandschaft. Mit Sonnenlicht. Machen wir mal auf. Machen wir mal auf. Es regnet. Alles ist dreitschnass. Guckt. Da oben lucht vielleicht heute noch die Sonne raus. Man weiß es nicht. Das ist nicht sehr motivierend. Mal sehen was mir heute noch einfällt am Sonntag. Ne. Habe ich hier keinen Bock drauf da knatsch rumzureiern. Ich wollte schöne Motive einfangen von Landschaften und so weiter. Von schönen Bäumen. Es regnet mal auf den Kopf. Scheiße. Bleibt mir übrig. Blumen wir mal philosophieren wieder mal. Gott. Okay. Ich fahre an. Jawohl sind wir jetzt daheim. Wir sind jetzt hier im Jahr 95. Das ist meine Erstgeborene und ich. beim Oldtimer Classic im Schottenring. Das bin ich mit meiner Triumph in den Kurven von Nürburgring. Das ist die Nadine. Um die geht es eigentlich jetzt auch so. Er hat damals gefahren diese 57 Norden. Die haben wir übrigens immer noch. Guckt hier. Der Blick nach vorne. Das Mädchen war schon cool. Ja. Hier ist er am Vorstart. Im Fahrerlager noch. Ein Bild, wenn es in den Kurven liegt. War schon cool damals. Was haben wir noch? Da ist er. Ja. Das ist Nadine. Und das war ich da vor tausend Jahren. Hier waren wir uns gerade Stadtler. Ich glaube das ist ein Assen. Ja. Da haben wir ein Assen gestartet. Gut. Das war so abends immer mit der Gang. Gemütliches beisammen sein. Moment. Glaub ich. Hier steht letzter Check. Und genauso wie die Nadine. Die hat auch ihr Motorrad selber gewartet und gepflegt. Yes. Und dann halt am Gas. Ist klar. War schon eine coole Zeit. Und klasse Kräne haben wir auch auf Malz gewonnen. Ja. Na ja gut. Auch schon wieder alles durch. Na ja gut. So ist das halt mit uns. Ich habe aber hier noch ein paar Bilder. Bitte Nadine. Mal sehen ob ich sie finde. Ich müsste hier an der Wand irgendwo hängen. Oh Gott. Hier blendet natürlich das Licht. Das ist klar. Hier war in der Zeitung schon Rekomprien im Bericht von meiner Tochter. Da oben ist es. Ich blende es vielleicht nicht so. Hier die Nummer 870 ist er auch. Mit der Nordrhein in den Kurven. Ah schon cool. Hier gibt es ein Bild. Da stehen mir zwei auch irgendwo. Ja da ist er. Da ist er die Nadine vorne. Die 184 ist der John Planchard. Der war auch ein ganz schneller Mann. Hier ist die Nadine Auberter in den Kurven. Yes. Die war schon schnell. Und ihre jüngere Schwester. In den Jahren sah die so aus. Die Kleine. Die ist ja heute auch schon groß. Und fährt. Na gut. Wir sind halt schon eine Familie. Wir lassen schon die Schuhe schleifen. In den Kurven. Na gut. Das habe ich jetzt immer so ganz kurz simuliert. Weil. Draußen regnet es und ich will doch gerne fahren. Ich mache Schluss, bevor ich jetzt hier noch weiter rumphilosophiere. So. Der Tank ist unten bei der 750. Der Vergaser auch. Jetzt müssen wir nämlich die Züch. Die legen wir jetzt hier auf die linke Seite. Die haben wir erst auf die rechte Seite gelegt. Dann haut das nicht hin. Weil da stumme Lenker drauf sind. Dann kriegt das hier sonst so einen Knick. So werden es dann leichter gehen. Aber. Jetzt haben wir erst mal die Vergaser ausgebaut. Schrauben habe ich schon ohne. Gucken wir mal rein. Hier haben wir mal saubere Vergaser. Wir werden hier nur die Hauptdüse auf 130 aufreibe. Dann sollte das hier in Ordnung sein. Da kommen nämlich KNM drauf. Wie gesagt. Das machen wir dann noch. Hier, du bist jetzt schon stundenlang da. Was hast du bis jetzt gemacht? Also noch gar nichts. Auspuff abgebaut. Und der Tank. Genau. Läuft das? Kommst du mit dem Werkzeug klar, was wir haben? Werkzeug ist der Hammer. Der Hammer. Das ist doch kein Hammer. Das ist doch ein Hämmerchen, was du da hast. Großer Hammer. Aber hier ist immer schon geärgert worden. Die eine, die eine Hure wollte nicht raus. Aber wir haben ihn gekriegt. Wir haben es nicht abgerissen. Da waren wir gut. Weil normal. Hatte man schon öfters. Abgerissen. Dann stehst du da. Musst dir wieder dran. Der schimpft immer wie ein Urspatz. Na gut. Dann gucken wir mal, was du hier noch runterkriegst. Übrigens, wenn wir Feierabend haben, dann gehen wir noch irgendwo hin. Der wird ja nicht gefilmt. Spezial. Geheim. Gibt es aber für 1,50 Euro ein halbes Liter Bier. Läuft. Ne? Das darf ich nicht filmen. Sonst rennt das Alter hin. Na gut. Dann schraub noch ein bisschen. Wenn mir die Schäße auseinanderkommt. Gut. So. Dann will ich euch zeigen, wie das geht. Hier kommt. So raten wir die Düse auf. So. So. Jetzt will ich hier kurz Vorführung machen. Jetzt tut sich's. Düsenlehre. Ja. 130 haben wir jetzt. So ist das gut. Und so wird jetzt jede einzelne Düse aufgerieben. Das ist die ganze Helligkeit. Leute. Kennt ihr den hinter mir? Das ist der Heinz. Moin Moin. Die Pumpe Siebe, ne? Hier. Dein Kanal. Ich kann das immer nicht aussprechen. Ich sag immer Pumpe Siebe. Warum so? Jetzt hab ich gegenwicht. Der Kanal heißt Cafe Racer Bike Design. Ja. Und ich sag immer Pumpe Siebe, weil das war ja dann die Firma. Meine Firma. Aber da kommt blöd auch drüber. Auf dem Kanal. Äh. Da hat der Kanal nichts mit zu tun. Ist einfach nur meine Firma. Also soll ich dann doch mal, wenn ich dich immer wieder erwähnen, nicht Pumpe Siebe sagen. Gott. Ist egal. Hauptsache du erwähnst mich. Das ist schon genug. Ja. Aber da finden sie dich ja nicht. Wenn ich immer nur Pumpe Siebe sage. Aber Cafe Racer Bike Design ist, glaube ich, für jeden nachzuschreiben. Und auch mal eben bei YouTube einzugeben. Hast du aktuelle Projekte irgendwie was? Motorräder habe ich im Moment nicht, weil ich sehr viel Arbeit habe. Auch wenn ich jetzt hier rumlungere. Ja, lungere. Aber ich habe sehr... Du hast uns ja wieder was mitgebracht, ne? Ja, natürlich. Ich glaube Dirk, der rennt da hinten wieder rum und grinst. Ja, das ist völlig in Achtung. Ja. Mach ich gerne. Ja. Gut. Die NSU läuft, ne? Hab ich ja gesehen. Die NSU läuft und die Viktoria läuft auch gut. Und die sind jetzt mal gut eingemottet. Ja. Und warten wir mal auf den Frühjahr, damit wir da ein bisschen aktiver werden können. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Dann bin ich im Ruhestand. Und dann denke ich mal, dass wir von den Motorrädern mehr hören können. Ja. Ja. Und die Boldorshuter hast du eigentlich aktuell auch nicht? Die hast du alles im Griff? Die sind alle gut eingemottet und deswegen, da habe ich kein Problem mit. Okay. Aber abgesehen, wir haben ja die F2, wenn ich dich daran erinnere. Ein Kabelproblem. Aber darüber kümmere ich mich im Winter nochmal. Also hast du auch noch nicht so richtig im Griff? Ne. Wenn nicht, willst du mal einen Twister? Der ist doch Kabel. Der ist doch eigentlich Abend. Der Kabelmeister. Ja, genau. Wenn ich nicht zurechtkomme, komme ich gerne bei euch vorbei. Ja, du rufst einfach. Ja, du kannst vorbeikommen oder du rufst an. Wie immer. Scheißegal. Ja. Gut. Bis dann. Jo. So, also mach ich's noch mal. Du hast das angegeben, Roberto, der Motorradfahrer. Roberto, es geht jetzt gerade um dich. Gerhard und ich sitzen hier zusammen. Roberto, der Motorradfahrer. Roberto, der Motorradfahrer. Roberto, der Motorradfahrer. So, da ist er doch. Da ist er doch. Das da hier. Ach, das ist ihn. Ja. Da haben wir unter Kabel von sich drauf. Gut, das ist halt das. Ihr Roberto jetzt. Die Gärten und ich sitzen hier heute Abend gerade wieder zusammen. Ja. Wir haben ja so mit dich geschwätzt. Was waren eigentlich unsere Gebabel? Unsere Gebabel war, dass ich der Roberto gerne noch mal sehnte, weil es ist ein ganz liebe, guter Kerl. Ja. Und wir wollen jetzt, wenn Roberto war, wieder gemeinsam irgendwie eine Motorradtour machen. Genau. Er darf aber immer kommen und dann nehmen wir hier unseren Günther noch mit. Warte mal, Günther, darf ich dir zeigen? Das ist ein Günther. Ja. Und dann fahren wir mit dem Roberto Motorrad und landet beim Günther. Landet dann beim Günther. Genau. Aber wir essen mal auch noch. Weil der Roberto ist ja eigentlich nicht so ein Erser und nicht festgestoppt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Doch, da hat Centeller zweimal ihr Gäser so schnell noch nicht gehört gekuckt. Wir fangen jetzt den Kanal nicht. Der Sterbans jetzt fahrt. Das und das. Aber wir haben was anderes. Da ordne ich ja harte Rocco. Da weiß ich ja gar nicht, wie die geschrieben werden. Roberto der Motorrad. Das ist sein Kanal. Da haben wir ihn aber doch nicht gekriegt. Du nicht. Roberto, du weißt Bescheid. Melde dich und auf jeden Fall jetzt im Winter fahren wir nicht. Aber so wie die Sonne scheint, fahr mir. Der Roberto fährt aber das ganze Jahr. Das ist nicht so ein weicheitsch Motorradfahrer, der nur in den Sommermotor nicht hat. Wie du mit deiner GS. Da ist er halt ein Furz her. Da kann ich es auch nicht kommen. Roberto, wenn du sagst, ich komme jetzt, dann sind wir da. Egal. Ja. Dann stellst du deine BMW GS 1200. Da fahr nicht mit dem Fahrrad. Dann fährst du mit dem Fahrrad. Okay. Roberto weiß Bescheid. Wir vermissen dich. Roberto, du bist ein prima Kerl. Genau. Mach einen schönen Sonntag mit dir. Gut. Ich mach jetzt aus. Das wird so zu viel. So, jetzt können wir mal die Scheiße da rauskriegen. Ihr Unge ist doch wirklich das genug. Das ist gut. Ja. Was ist los? Weg. Gut. Da liegt die Scheiße. Das war's. Ja. Ja. Einmal ist da hin. Gut. Das Lücker ist raus. Das können wir auch gerade hier frei machen. So mein Freund. Jetzt geht die Arbeit erst nicht los. Guck dir den Dreck, den Motor an. Der ist nicht nur der Motor dreckig. Hier alles. Alles muss gereinigt werden. Der Sandstrahler kann auch nur Sandstrahler schmieren. Wie zum Beispiel hier. Gut. Jetzt geht's erst los. Die Pumpe 7 Uhr. Halb drei haben wir jetzt. Was haben wir auf dem Dach? Äh. Das ist egal. Das ist scheißegal. Na ja. Dann machen wir. Gut. Gut. Ich will jetzt hier nicht so lang rummachen. Alles Katastrophe. Und du hast eine Sauerei überall. Sag mal. Meine Werkstatt. Normalerweise arbeiten wir mit drei Mannen hier. Die ganze Werkbank. Alles nur von dir. Du hast keine Ahnung. Ja. Du hast keine Ordnung. Du räumst jetzt erst mal auf. Okay. Weil so wie wir gestern Abend eine Arbeitsplatzflase haben. Das läuft heute nicht mehr. Gestern hast du schon mal Frist gehabt. Jetzt gibt's hier Roller Ernst. Das sage ich dir. Okay. Scheißegal. Jetzt krieg ich doch ein Spruchtrusche. Aufräumen. Und die Gabel muss auch noch raus in das Rad. Gut. Ich will es euch zeigen. Ich will nur mehr haben. Pompensibel war gestern übrigens da. Viertel nach 16 Uhr. Was ist denn los mit euch Pflegefell? Ich habe schon gerade die Blume gezeigt. Ja. Und hier? Da steht Bier. Da steht Bier. Du sollst es schaffen. Und ihr zwei V-Lenser? Wir haben noch über Minuten bis gestern. Deine schlaue Sprüche fehlt mir noch. Hier das läuft jetzt ab morgen wieder anders so. Hier gibt's... Ist das wenigstens alkoholfrei? Das wenigstens alkoholfrei. Also sowas hier. Sich mittags hier schon bei mir in die Werkstatt breit zu machen. Ab 19 Uhr könnt ihr hier mal auftauchen, wenn ich noch da bin. Gibt's nicht mehr. Schluss. Das ist hier eine Kunstwerkstatt. Oben steht's. Da wird hier nicht hier da... Was weiß ich... Kaffeepause, Bierpause... Es geht hier... Es ist ja mehr normal. Und du schaffst endlich was. Mann, oh Mann, oh Mann, was ein Volk hier. Du musst alles noch sauber gemacht werden. Habe ich alles schon noch mal erzählt. Katastrophe. Da habe ich mir immer wieder ein paar Pflegefell angelacht, sage ich euch. Dirk, das hast du wieder gut hingekriegt hier mit dem Apparat. Ja, soweit werde ich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt was gefunden habe. Lackiert hast du es auch schon? Ja. Nee, hast du es gar nicht gefunden. Hab gar nicht gefunden? Ein rotzuschrank, glaube ich nicht. Hm. Na gut, sieht doch gut aus. Ketteschutz vorher mitgebracht hat. Hast du aber auch noch ganz schön verändert. Hab dich ein bisschen schöner gemacht, ja. Hast du ein bisschen getunt? Ja, mit ein paar Löcher drin, damit es ein bisschen aufgelockert ist. Nicht so steif. Ja. Sieht gut aus. Ja. Ausdruck. Ausdruck hast du auch jetzt gerade gemerkt, ja. Ja. Da kommen wir mal die nächste draufschieben. Schieben die neue raus und die ... Selbenfüchte, ja. 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 Cool. Na, Leute? Nee, das habe ich gefilmt, was die da gedreht hatte. Das war ja alles Schepp und Gammelig, ne? Nee, da ist das. Ja, da ist das. Ja, da ist das. Ja, da ist das. Das Apparat haben die da gezaubert. Ja. Was ein Apparat. Das kriegt er mit. Und Schepp war rau drauf, ne? Ich hab's alles gefilmt, ne? Ja, gut. Nee, sieht gut aus. Das Ding auch wieder hin hier. Okay. Cool. Wir haben jetzt den Ventil-Deckel runter gemacht. Wir haben jetzt hier, nur mal so für dich, weil du ja keine Ahnung hast, wie du sagst. Wir haben hier die Auslass-Nockenwelle. Und das ist die Einlass-Nockenwelle. Und die ... Die Nocken muss immer ... Hier, warte mal, ich schau's jetzt gleich. Ja, dann gucken wir mal, film mal hier drauf. Die Nockenwelle, die müsse immer in einer Stelle stehen. Ein bisschen so. Und jetzt haben wir hier ein Ventil-Spiel. Sieht ihr das mit der Kamera? Ne, sieht man nicht. Egal auf jeden Fall. Das Ventil-Spiel muss sein bei dem Bandit-Motor. Auslass 20, Einlass 15. Und ... Guck, das geht schon rein. Das ist sogar ein bisschen groß, muss ich ein bisschen kleiner stellen. Und hier ... Hier ist gut, das werde ich eben kleiner stellen. Und hier müssen wir halb 15. Das geht auch rein, hat aber ein bisschen mehr Luft. Das ist ein bisschen enger. Gut. Jetzt stellen wir das Ventil-Spiel ein, damit das schön steht. Und dann ... Alles gut. Michael, wann hast du noch angefangen? Halb 8. Halb 8. Halb 8? Ja. Ralf, man hatte Glück, dass der so früh angefangen hat. Gott sei Dank. Ja. Guck mal, was der in der Zeit geleistet hat. Die ganze Schraube hat er sauber gemacht. Das ist ja wie neu. Morgen früh fängst du auch wieder um halb 8 an. Bei mir, komm mal, hast du das Spektal hin an der. Mach ich. Okay. Ich fang auch wieder an, aber nicht hier dann. Hörst du mal mit dem Geklopp auf. Ich muss mit dem Mann jetzt was für Geschäftliches besprechen. Hier. Der geht dann auf den Sack. Da ist ja die Pummaschine noch schon drin. Die Pummaschine war schön. Das ist bekloppt. Der mit seinem Geklopter. Jetzt muss ich noch ein paar mal kloppen. Was? Hört sich gut an. Du kannst ... Können wir jetzt hier reden? Ihr könnt jetzt reden. Jawa. Gut. Danke. Danke. Du warst jetzt drei Tage da, oder fast vier, oder? Ja, so. Du willst es heim? Fast drei. Guck dir jetzt auch schon, oder? Sack. Neue, ausgeschlagen. Vollgefressen. Der ist ... Bei der Mama hat er wieder gekocht, richtig? Nicht gerade wieder. Und dann kommt er hierher, gibt es hier noch an, weil er so einen Bauch hat. Ich hab Hunger. Du auch? Er hat nichts mitgebracht. Nein. Das ist egoist. Sag ich immer wieder egoist. Vollgefressen. Weißt du, läuft da rum. Was wollte ich eigentlich sagen? Du willst jetzt sagen. Du weißt, ist lang genug da. Das ... Schnauze voll. Wir haben ja auch vieles nett gefilmt, was hier alles so abgeht. War vielleicht besser. Ja, in dem müssen wir ja alles wissen dafür. Der ist ja auch lang. Aber unabstrich haben wir es doch zustande. Schon gepasst. Wir tun jetzt da die gewisse Sachen, die du jetzt alles gereinigt hast. Sandstrahle, lackieren. Es gibt ja nur Schwarz. Schwarz-Schwarz. Schwarz-Glänzen. Schwarz-Gugel. Schwarz-Hell. Alles was schwarz ist. Alles was schwarz ist. Gut. Dann mach ich das dann erstmal. Und dann rufen wir dich wieder an. Beim Zusammenbau. Du machst dir schon mal Gedanken, was du für blinkere Spiegel hier haben willst und so weiter. Kannst du ja Liste machen. Beziehungsweise. Bestell aber nicht einfach mal so. Nee. Du kannst dir jetzt drüber gucken. Länger. Kannst dir auch mal so. Ich würde sagen, bei Kickstarter oder bei Deadly Flues, dass das so die Quelle sind. Hau ab. Jetzt reicht es auch. Habe ich das Haus aufgenommen. Hast du oben die Lichte ausgemacht? Lichte sind aus. Bett ist gemacht. Oh. Heizung habe ich ausgestattet. Das Warmwasser ist abgedreht. Wie? Heizung hast du auch gemacht? Nee. Gar nichts. Okay. Bis dann. Tschüss. Wer da hier den Hetzler kam? Nee. Der läuft uns eben gerade zu. Der ist der Alfred. Der Alfred macht ganz besondere Dinge. Halt ich mir denn gut? Ja. Der hat auch immer viel Hunger und Durst. Wie das hier bei uns üblich ist. Und äh. Dann mach ich jetzt mal aus. Dann würde ich sagen, ihr zwei macht das mal eine kurze Beratung. Ja. Damit das läuft. Bescheid. Oh Mann, du bist ja wieder schneller wie die Feuerwehr. Tja. Wenn ich dran geh, geh nicht dran. Voll gefresse. Traft getankt. Traft getankt. So wird das Heck jetzt hier. Cool. Das ist ja lang genug, ne? Für zwei Sitzer. Ja, ja. So mach ich's immer. Immer da wo die Haken sind, schneid ich's immer ab. Und wenn ich's einsitzer macht, schneid ich's hier ungefähr ab. Ja. Jetzt muss ich hier wieder die Ecke reinfregeln. Weißt du? Muss ja schön werden. Kann ja so nicht bleiben. Ja, ja. Alles klar. Gut. So, am Wochenende wieder. Ja. Ja. Was machst du? Ja, ich mach das heute noch fertig. Und weiß ich nicht, was am Wochenende ist. Kommt auch das Wetter drauf an. Bitte Roller fahren. Du hast ja schon wieder das Feuer an der Hände. Natürlich. Wir arbeiten uns da vorne warm. Ich arbeite mich auch warm. Ich zieh auch gleich die Jacke aus. Du übertreibst doch wieder. Wir wollen sparen. Wir müssen umweltbewusst denken. Ach ja. Du brauchst gar nichts rumzulaufen. Leute. Leute, das muss ich euch erzählen mit dem Holzteil. Mit dem Feuer. Wir haben halbe, halbe gemacht. Das ist doch Ambiente. Das gibt Aufschwung. Ach, Aufschwung. Du hast ja jetzt schon die Hälfte gebraucht. Was ist ja so ein Mist. Ich weiß gar nicht, ob ich über den Winter kommen soll. Ja. Ich mach es erst an, wenn es kalt ist. Hier, da liegt die Mutter, sehe ich. Da gehen wir in den Wald. Komm, arbeite dich warm. Ich hör jetzt auf. Hier, sagt deine Freunde noch was. Die vermissen dich schon so doch. Ja, wie. Ja, wie. Sag was. Schönes Wochenende und macht das Beste draus bei dem Sau. Ja, werden sie hinkriegen. Hoffe ich. Couch. Couch-Wochenende gibt das wieder. Alles gut. Elektrik-Problem. Roller. Ist aber nicht meine Sache. Macht das dritte an. Hinne die Bandits. Die zwei da. Gutachten sind da. Vom TÜV. Und Guido, dein Sau da. Wird da noch verpackt. Geht da in die Post. Weißt Bescheid. Die Drehumfassung griff hier, oder? Ja. Gut. Ungefährlich. Ok. Die YouTuber kennen dich ja mittlerweile auch. Kannst du mal in die Kamera lächeln? Kannst dir da was wünschen? Ja, fröhliche Weihnachten. Der ist immer lustig. Also ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch auch alles Gute. Und die Benzinpump ist gekommen von meinem Schieb. Vielleicht haben wir Glück, dass die da noch reinkommt. Man weiß es noch nicht. Kommt aber dann nächste Woche erst. Wenn ich mit ihm auf große Fahrt bin. Hoffentlich. Macht's gut. Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Und so weiter. Tschüss.